moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute möchte ich euch einen glitz zeigen mit denen ihr drei visitenkarten freischalten können zum einen social distancing runde 20 erreichen ohne ein hinzubekommen gut genug runde 20 mit deiner startausrüstung zu erreichen und runde 30 ohne zu sterben zu erreichen die karte unbesiegbar so leute es gibt zwei methoden entweder ihr benutzt den unsichtbarkeitsglitz den ich euch oben in die infokarte verlinke oder die zweite methode ist ihr habt einen kumpel der euch hilft können auch mehrere sein ist eigentlich egal falls sie jemanden habt ihr euch hilft braucht ihr euren äther schleier auf stufe 3 dann begebt ihr euch in die krankenstation ich habe jetzt kein dabei um das zu demonstrieren aber ich zeige euch was ihr machen müsst wenn ihr dann nun euren äther schleier auf stufe 3 habt dann stellt euch in die krankenstation vor dieser tür und benutzt euren äther schleier so jetzt seid ihr in diesem raum eingesperrt leute in diesen raum spawnen keine zombies keine hunde keine bosse nichts also braucht ihr nur hier drinnen zu warten bis euer kumpel die runde auf 20 beziehungsweise 30 gespielt habt und ihr sand die visitenkarten haben so das war's mit dem video leute falls euch das video gefallen hat lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und für all die die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle sehr gerne ändern und bis zum nächsten video